Ja hallo zu einer weiteren Folge Minecraft Heute werden wir einen Trank brauen Ja brauen dafür Wasserflaschen Und wir brauchen Was brauchen wir denn noch? Eine Magma Creme Und unseren Braustand So für das ganze müssen wir zuerst die Wasserflaschen in den Braustand hineintun Und Netherwarzen hinzufügen Damit bekommen wir Einen einwerfen Komischen Trank Den Netherwarzen findet ihr So wie manch andere Sachen die ihr noch braucht Die Lohenrute In der Aetherfestung Und die Magma Creme aus diesen komischen springenden Die umherlaufen Oder umher springen So Unser seltsamer Trank ist fertig Der kommt gleich nochmal rein Seltsamer Trank Und dazu brauchen wir noch Und dazu brauchen wir noch Mit den können wir in Lava springen Mit den können wir in Lava springen Das schauen wir uns auch noch später an So Wir haben die Tränke die wir brauchen Wir lassen da Die Netherwarze lassen wir hier Und was brauche ich noch nicht Wir brauchen die Magma Creme nicht Und die Lohenrute brauchen wir auch nicht Die lassen wir auch hier So was hätten wir noch Obsidien Das tun wir in die Steinkiste rein Netter Ziegelblock Brauchen wir auch nicht Lassen wir auch da Netter Stein lassen wir auch da Gut Die Pilze Ja die Pilze könnten wir auch nicht verlassen Die sind für was anderes später noch gut Gut so Dann Sehen wir uns Gleich wieder Am Strand Am Strand angekommen Lasst uns doch gleich mal loslegen Ich möchte hier die Farm hin Ich bin mir noch nicht ganz sicher Wie sie ausschauen wird Wir probieren es einmal Schauen wir mal Das hier das hier das hier das hier Das könnten wir gebrauchen Wir brauchen das hier nicht Das hier nicht Den Trank der Wasseratmung brauchen wir schon Und Seetank Ja sehr schön So wir machen So wir machen eine Probe Zum Trank trinken Und ich kann unter Wasser atmen Sehr schön Das funktioniert Sehr gut Okay So ich grabe mal runter Mal schauen Wie tief das ganze geht Wir machen jetzt nur eine kleine Anlage Und später wird es eine größere werden So das hier noch weg Das hier und das hier So das sollte reichen Dann Dann Die Kolben hier hin Ja da hier müssen wir noch eins runter Oder auch mehr So Einer hier rein Einer hier rein Einer hier Ja was ist denn hier los? Ertrunken ne? Das muss nicht sein Sehr gut So doch mal hier entpflanzen Gut so Dann verbinden wir das ganze mit Redstone Und zwar Hier Dahinter Kommt die Elektronik Gut so Lassen wir so Tauchen wir auf Bevor uns die ganzen ertrunkenen hier nicht Ein kleiner So Tut mir leid Ist nichts persönliches Ja Schwimm weg Ist besser so So dann schauen wir hier mal runter Was sich hier tut Was sich hier tut Ja das schaut gut aus Ja Sag einmal Was ist denn los hier? Das hier hin Und jetzt den Schalter holen Wir bräuchten einen Schalter Gut so Gut so Und der kommt hier hin Und zwar kommt hier hin Und zwar hier hin Nein Nein Da muss ich ja noch dahinter Noch was tun Genau Einmal Zweimal Dreimal Das Redstone nochmal hier hin Und Klick klack Und es funktioniert Hier haben wir unsere neue Schildkrötenfarm Die noch nicht funktioniert Wir suchen uns glaube ich jetzt mal ganz kurz Lava Ich habe hier einen Turm gefunden Ist das der Turm der Angreifer? Es scheint so Und hier sind sehr sehr viele davon Das ist nicht gut Angriff Los geht's Habe ich schon Habe ich dich? Ja Habe ich Nächster Nächster Komm her Gehört mir Nächster Gut So Ey, so einen Golem halten sie gefangen Ich rette euch Eigen Golem Oh nein das wollte ich nicht Tut mir leid, ich laufe schnell weg. Wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht, mein Fehler. So, hier sind wir fast. Hier sind wir sicher. Mal schauen was es hier gibt. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und hier ist eine Kiste mit. Faden, Weizen, brauche ich nicht. Zauberbruch, Rückstoß. Und ja, brauche ich alles nicht. Ja, was soll denn das hier? Ja, was soll denn das hier? Wieso attackierst du mich? Gut. Gibt nicht vieles hier. Dann können wir schon wieder gehen. Mal Licht ins Dunkle. Auch hier Licht ins Dunkle. Gut so. Sehr schön. Hier ist noch einer. Den holen wir uns auch noch. Komm her. Ja, du hast Angst. Ich weiß. Komm her. Erzählen sollte ich auch. Jetzt. Und nochmal. Wow. Sehr schön. Das war's auch schon. Das ist noch einer. Ja, die kommen glaube ich immer wieder. Die brauchen wir jetzt nicht bekämpfen. Wir suchen Lava. Ja, ein schönes Dorf haben wir hier gefunden. Mit lauter freundlichen Kerlchen. Ja, hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Schöne Kakteen hier. Gefällt mir sehr gut. Hier unten ist noch... Hier sind auch noch welche. Sehr schön grünes Bettchen. Wunderbar. Was haben wir hier? Schalter für... Die Tür. Gut so. Kaktus hier. Vermieten. Hallo. Ah, die interessant aus. Der gefällt mir. Der junge Mann. Ein Bibliothekar. Sehr schön. Hier ein schöner Turm. Gibt es hier was schönes zu entdeckern? Mal schauen. Eine Kiste. Sehr schön mit Bücher und Weizen. Doch der Strauch brauchen wir nicht. Danke. Brauchen wir alles nicht. Gut. So, wir wandern durch die Nacht weiter. Richtung Eiswüste. Mal schauen, ob wir hier Lava finden. Ich glaube, da vorne war mal Lava. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, es wird Fenster. Hier ein Bäumchen. So. Hier ist kein... Da vorne ist sie. Ja, ich habe sie gefunden. So, mal schauen, was wir jetzt tun. Hier reinspringen wäre jetzt nicht so ideal. Ich sag mal, wir probieren es anders. Das Essen wieder. Hopp, 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 hopp. Sehr schön. Und ein Ripschen. Wir brauchen unseren Eimer. Und probieren, dass wir uns das Wasser hier rein tun. Holen wir uns Lava. Das tun wir hier rein. Sehr schön. Unser Trank. Der ist der Trank des Feuerwiderstands. Hier rein damit. Und mal springen. Und wir springen rein. Probieren wir es mal. Und... Ja. Es funktioniert wunderbar. Man kann in Lava springen. Und uns passiert nichts. Sehr schön. Also... Das haben wir auch. Dann... Sehen wir uns bei der nächsten Folge. Und... Tschüss.